Hi Leute, und willkommen zurück zu einem neuen Video auf unserem Kanal, Emmi Loves ASMR. Ich hoffe, ihr hattet alle einen guten Rutsch ins neue Jahr und habt ihn oder den Abend schön gefeiert im Rahmen eurer Liebsten. Liebsten, Liebsten, Liebsten. Im Rahmen eurer Liebsten, 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 Liebsten. Habt ihr schon Pläne und gute Vorsätze für das neue Jahr? Ich habe auch einige Vorsätze, unter anderem möchte ich noch einige Videos drehen im neuen Jahr für euch, weil mir das so unfassbar viel Spaß macht. Und ich hoffe, dass euch meine Videos nach wie vor gefallen. Wir haben dieses Jahr eigentlich nur ganz entspannt gefeiert, ohne großartig Party zu machen. Aha, da die Kleinen ja eh erst mal früher ins Bett gehen. Also die haben es leider nicht bis um 12 Uhr geschafft. Hört ihr das? Da hat wohl jemand sich im Tag vertan. Entschuldigt Leute. Ihr hört auch im Hintergrund, dass das Baby von meiner Tochter angeschlagen hat. Naja, Silvester war ja auch eigentlich gestern. Entschuldigt. Auf jeden Fall wünsche ich euch ein ganz ganz tolles und erfolgreiches Jahr 2022. Und dass ihr mit euren Vorsätzen und euren Wünschen, dass das alles in Erfüllung geht. Ich bin echt überrascht. Es tut mir total leid. Da kann es jemand wirklich gar nicht abwarten. Oder... Oder... Keine Ahnung. Keine Ahnung, was da los ist. So. Jetzt sollte es wieder gehen. Auf jeden Fall wünsche ich euch, dass alle eure Wünsche in Erfüllung gehen. Und dass ihr die Vorsätze, die ihr euch vornehmt, dass die lange halten und ihr dran bleibt, eure Vorsätze umzusetzen. Ich überlege tatsächlich, ob ich das Video abbreche oder ob ich weitermache. Weil eigentlich ist es auch ein witziges Blooper ASMR-Video. Aber es ist gerade echt nervig. Verstehe gar nicht, was es soll, dass man jetzt da noch so rumpallert. Gerade um die Uhrzeit. Aber vielleicht bin ich da auch ein bisschen konservativ. Oder einfach Daddy, der gerade denkt, ey, meine Kinder schlafen. Warum ballerst du jetzt noch rum? Naja, jedenfalls wünsche ich euch wirklich nur das Beste. Und da jetzt ja schon einige Leute zuschauen und vielleicht auch Leute aus Deutschland. Ich möchte eigentlich nur sagen, dass ich gegen jede Form der Spaltung in Deutschland bin. Und ich einfach nur hoffe, dass man wieder zurückkehrt zu einer gewissen Normalität. Und dass man nicht auf einen Impfstatus oder so schaut, sondern einfach nur auf den Menschen und auf seine Werte schaut. Und das würde ich mir sehr, sehr wünschen. Gerade auch in Bezug auf unsere Kinder. Dass da wieder alles in die normalen Bahnen geht. Und dass jeder selbst und frei für sich entscheiden kann, was er machen möchte und was nicht. Und ich möchte, wie gesagt, niemanden verurteilen oder sonst was, sondern einfach sagen, jeder macht das, was er für sich am besten findet. Das wäre, glaube ich, ein Mehrwert für uns alle, wenn wir wieder ganz normal miteinander leben können. Das ist ein ganz, ganz großer Wunsch von mir. Und das wollte ich jetzt einfach mal hier loswerden. Ich wünsche das wirklich sehr. Ja. Und jetzt ist die kleine Wache. Und ich habe Ende des Video. Ich wünsche euch ein ganz, ganz tolles Jahr 2022. Macht's gut. Ciao.